ja und willkommen mein name ist an die op und ich begrüße euch zurück zuletzt play star wars fallen oder eine letzte folge haben wir auch sehr froh in einem oder anderen ort hier noch erkundet und ich müsste mal gucken wo bin ich ja eigentlich jetzt mein gott habe ich das mal gucken okay wir sind hier oben frisst okay muss erst mal gucken wo ich ja wieder bin man mit dieser abkürzung geschaffen weil ich darauf von unten bin ich hergekommen ich glaube ich habe mir diese abkürzung geschaffen am letzten mal aber ich bin mir nicht sicher da bin ich runtergerutscht glaube ich ich meine ich bin eingang gehen und ich entlang gegangen und so war also nicht irgendwo er hat sich so eine katzin oder so getriggert so wir haben da ist ein schiff gerade vorbeigeflogen und so ich bin schön nicht naja weg bis jetzt mal gucken wo bin ich ganz lang gegangen ich glaube hier hat nicht oder hier hat der kerl gesagt guck mal da ist ein schiff oder so und weil sie nicht ich glaube da bin ich so was passiert wenn du das protokoll nicht befolgt okay so viel dazu ich komme auch ganz weit aber da ist was hallo ich bin mir nicht sicher weil es mit diesen ein ort wo man rüber springen musste brauchst man maschinen gewährtyp war möchte auch schon ja da war ich hier oben schon ich glaube ja ja ich glaube das ist das was ich meine ich muss ich dann irgendwann halt noch mal hier durchgehen wenn jetzt erstmal da dieses seil da hoch gott und gucken wo wir da hinkommen dafür meditiere ich aber erst mal weil ich meine von hp und so zurückkomme es war schon direkt auf kreis gerückt immer schon wieder raus gegangen jetzt glaube ich nicht so gebracht hätte oba okay du da ehrlich so viel haben die schaden gemacht ehrlich da kann sein dass ich da schon lange gegangen wenn schon wieder so ein bisschen mehr ok ich habe mir noch schön hochgehalten und so hat alles nichts gebracht ja warum kommen wir denn auch wieder so 23 von diesen viechern die ume ecke und ja ich habe sagt für ich kann diese raketen anhalten aber weil sie nicht es hat funktioniert jetzt überhaupt nicht funktionieren ja ist klar war alter wir sind das schon wieder erinnerung von der einen ist direkt aus dem boden gekommen wir haben wir angegriffen und ich habe nichts dagegen machen soweit noch weiter sei aber diesmal richtig ich muss da sowieso durchrennen man diese eine typ damit ein raketen mehr vorm ecke kommt noch mal sagen wo sie diese viecher du nicht mal irgendwann trotz was ich alles klar wo sind wir jetzt alle hallo weil es gold am leuchten also und den krieg erfahrungspunkte und so wieder der war gut so am liebsten einmal kämpfen ja so wie dazu so beim ist der neue ort ich glaube wir waren wir schon der bra muss ich dann jetzt schon wieder lange eigentlich ein versorgen auf episode 1 machen und dadurch schneiden da bin ich den link genau hat er gesagt habe in der bank gar nicht mitbekommen er war voller staunt glaube ich so auf gott ehrlich ja ja so was noch ja ja was ja schon mal wieder sehr gut hier ja halt jetzt sagt ihr fest oder wir müssen da weiter ich muss hier eine jetzt habe ich schon nicht habe von 40 pp verloren manche eigentlich nicht mal nicht und ich lebensmüde gott ich habe nicht vorgesehen zum glück verbraucht kostet hat keine macht ging immer anzuhalten aber ja noch schlimmer mal gucken ist da vielleicht auch noch was sieht nicht so aus mal gucken mal gucken gott nicht lang haben wir ja gott das hat eine position echt gott sei dank die wissen dann ich hier bin weit jetzt bloß kein mister sie wesen so ein speichern bekommen das schon mal erfolg für mich gott es war ja 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 heute habe ich es echt ich habe dann eben jetzt aber ich habe mir die idee erst mal zum speichern wird zurück weil ich habe hier schon vermattelt und so gefühl und viel zu viel ap und so verloren keine macht super und tot ja nein nein er geht so ruckzuck geschehen kriegst du auf normal also ich bin hier mit einer komo mehr oder weniger weg eigentlich geht es auch nicht aber ich krieg mal irgendwann mehr ap oder so war sonst bringt irgendwie auf dauer nichts mit mir hat damit ich irgendwie also nicht weil mich nicht mehr irgendwann wahrscheinlich mehr schaden hier weiter ich komme ja also gefühl mir fehlt nur so eine funktion die ich noch nicht begriffen habe die blocken jedes mal alles hey ich probiere schon irgendwie alles aus und so da habe ich oh gott warum die tun immerhin da kommen oder so wie er trägt beim buster eine freien hergekommen okay weil ich bin manchmal in der komo drin hau die voll weg knackt dann block der mitten in der komo ich kann glaube ich nicht sterne da kann man mal ändern und weiß ich glaube eins ich habe es jetzt noch nicht so viel als ich bin magst du drückst nur kreis dann machst du einen rückwärtsschritt aber da fahre ich runter hat schon wieder so hat nur ja sowas kommt auch noch hey ich spiele nicht haben die geraucht hat gemacht speichern und bitte ich glaube die besten nicht dass er hier war dann sind wir im vorteil ich wusste es sind schon die wand da gesehen schon gesehen dabei ist da wir erst mal mit lebenserührung oder macht er irgendwann wenn man nice das ist zeitverschwendung und möglich dass hier drin was nützliches selbst ich wusste es ja wir kommen voran also schon mehr als ich auf datum mehr so sagen kann ich wusste es und dann hier und wenn du das gewusst hast wieso es war nichts gemacht so kommen wir ja und da wieder hier macht mich fällig also ich dachte mir so ein 300 geschehen aber dann kommt er wieder mit irgendwann so hat mir dann noch eine reihe bevor ich den er kaputt krieg also auch noch reicht okay das ist interessant wir sind ja richtig wir sind wir das dann speicher punkt jeder ordnzeichen glaube ich alles klar ich habe schon wieder zwei schritte ohne schaden ja vorbei laufen das ist nicht normal ich komme nicht durch ja äh äh vor uns ist ein sturm er hat die ausrüstung des imperiums lang gelesen etwas zieht mich dorthin nicht nur der sturm er hat die macht seine instinkte schärfen gott sei dank weiter ich habe ja sogar ziege zwei wenn ich irgendwas hier direkt töten beim runtersprengen springen wird schon wieder so eine ganz offene ding ins ausgebiet ich habe schon viel zu erkunden das hat dann auch als eine ziege ich habe schon freundlich oder die waren jetzt nicht so schwer also dann zwei angebote ich habe vergessen und das ist die zweite jetzt wird es wieder nervig alter was wir darunter war ja das ist eigentlich vollverschweinung und dann noch ein gegner ist und ich muss meine macht einsetzen wir müssen du da hochgekommen da stimmt ja jetzt schon lange also ich überhaupt schon weiter erkunden und schon wieder ap verloren und den ganz eingesetzt nutzt du jetzt gar nicht mehr hier durchzurennen und hier sieht es auch ganz gerne mehr hoch oh gott oh vor einmal treffen ich bin weg da wird es nicht erkunden hat dingen und von dingen wie aufbruch und was wir hatten jetzt gesagt willst du mich vielleicht einweilen hin was du gerade ja denkst kerl kapseln elke sind recht niedlich aber terrarium samen er wird man soll schon mal was er wird der wieser nochmal great damit er sich doch bestimmt freuen aber ich fast hat nicht wie viel viel machen machen war schon gar nicht mehr weiter und nicht gleich zum speichern und zurück da haben wir den hier nach lebens upgrade nein ok pflicht und entschlossenheit noch gott ich bin tot ja tschüss die mai hoch oder auch nicht jetzt noch nicht dieses luft angriff dinge verarschen ja ich muss ja unbedingt noch einmal verrecken konnte mich ja nicht kurz hier leben lassen habe ich kurz zum speichern zurückgehen kann ja hat so als weiß jetzt gar nicht ob ich da alles erkundet habe ich glaube nicht das warum wir meinen diese wände da kaputt macht lieber zorn ich war noch nicht mal da von der vibration einer herrlichen kant ist eingeschlafen und das hat mich getötet hat du blödes wirst mich diesen hat sich von da aber ich schaffe die ganze zeit zu überleben und dann kämpfe gegen eins und fisch kriegt wieder auf das hat spiel aber nie so frustriert ich mal bei dark souls dann hat sich eben eine macht eingehen hat fähig verschwenden wieder voll ressourcen mal kurz vor dem level ab mein gott mein gott man sagt wie ich wenn wir noch nicht machen danke gott die ganze macht weg aber wir haben einen gegner erledigt also schon mal warten da spielt man hat spiel professionelle da wo war ich jetzt schon wo war ich nicht hier war ich glaube ich schon glaube ich weiß nicht ja da bin ich runter gesprungen man muss das hier man schon mehr so verdächtig jetzt nicht aus dem offizieller weg ja ich glaube zwar nicht dass ich jetzt noch vier reiche aber ich spiel ein paar weiter ich weiß ja nie tschüss ich habe allein wahrscheinlich richtig naja ok da kann man zurück was haben wir ja zeig mal ok ein sturm habe ich noch nie gesehen ja unglaublich und überhaupt rein nur ja genau also das ist die früheste städte die 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 wir haben wir bis jetzt entdeckt haben trotz bedenken kann ich das organo gewöhne so ein ding war auch glaub ich ein ding ist ja in seiner mission den ersten planeten wissen habe ich jetzt vergessen habe oder oder irgendwie so was Wo gehen wir hin? Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wo nach ich suche. Er ist, äh, exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Hmm. Da muss ich doch diesen Ball reinkicken wahrscheinlich, ne? Sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Ich weiß, was jetzt nicht schlecht wäre. Ein Speichelpunkt, weiß der hat. Ähm, hallo. Ja, ich wusste irgendwas, was hier da ist. Ja, ich muss ja mal gucken. Ich weiß nicht, ja. Gott. Ich weiß nicht, ja. das kongos für meine hegel die produkten bewege ich vorsichtig um die zentrale kapsel herum exklusiv kann keine verteidigung und andere gegner genutzt werden okay ich würde ja auch kaputt machen also nicht aber schnell abhauen und ja da ist mir irgendwie sicherer ich traue solchen sachen nicht irgendwie explodieren die wenn ich zu nah dran komme gott so sowieso nicht explodieren also gott spring einfach zu dir über da ist keine lustig zu feiten müssen misst aber ich brauche definitiv macht schub oder irgendwie so hat abkürzung ja okay ah wo ist das abkürzung irgendwie fand ich das ding an wie sie an naja warte das hat er aufnehmen möglichkeit punkt das ist irgendwie noch eine kaputtbare wand aber wir haben ja kein schaden gemacht ich wurde gerade sehen noch irgendwo so eine wand zum kaputt machen hier ist eine oder die kugel vor dem mittleren windschacht platzieren ein aneinander nein 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 nicht so nein gott da müssen wir ihn ganz mega wieder zurücklaufen wie treffe ich dich nicht hey guckst du da an hey ein speicherpunkt bitte jetzt oder kann ich mich später kann man hoffentlich hoffentlich oder auch nicht vielleicht doch das ist ein speicherpunkt ich sehe schon mit machen muss naja woppa vor mir zeichnet den ganz an da habe aber hier schon war falsch ich sehe schon naja ehrlich da jetzt trifft er das ding an hey was aber da ist die lösung so der hey aha mein gott nicht schon nervig genug die kämpfe so schwer sind er macht das ding an da kommen ja da muss ja noch dagegen springen warum kann ich mich überhaupt auf festhalten ja ich sage jetzt mal ich krieg so hat kotzen und ding mal bitte jetzt ist das schon wieder weg meine güte sei überhaupt da was ich machen muss hier ich und der aha alter kannst du mal das ding aktiv aktiviert ich krieg hier gerade ich da kotzen ist überhaupt möglich mache ich aber falsch oder was stehen ich habe da oben müssen speicherpunkte ich muss da ran kann ich mich da festhalten wort hänge ich einheit falsche dinge an oder wie da mache ich ja falsch hey warum ist das nur zum schwingen bringen oder was mein gott da ist mir speichern hey meine güte jetzt auf die kämpfe nicht schon schwierig genug werden kann man nur so was ja und ja ich weiß ich habe mich doof angestellt aber schon so ich habe wahrscheinlich nichts mehr jetzt echt wenn ich neue sachen kaufen könnte ist voll schwer das spiel gut ich würde dann sagen das war es für diese folge in der nächsten folge sehen wir uns dann wieder weil es bereits da was jenei von oder ich bleibe ich als zuschauer und ich hoffe euch hat dabei gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder tschau tschau